Hallo und herzlich willkommen zur Familiensprechstunde. Heute Familiensprechstunde am Telefon und ich bin verabredet mit Sabrina. Und ja, die werde ich jetzt mal angerufen und dann wollen wir mal hören, worum es heute geht. Ja? Hallo Sabrina, hier ist Katja Saalfrank. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, wir sind verabredet. Genau. Ja, du hast mir schon einiges geschrieben, aber ich frage jetzt trotzdem mal auch für diejenigen, die sozusagen zuhören, worum geht's dir? Das ist auch schon ein bisschen her, vielleicht hat sich auch was verändert. Manchmal verschieben sich ja auch nochmal so Schwerpunkte. Ja, erzähl mal, worum geht's? Ja, also es geht um meinen großen Sohn, der ist jetzt hier. Und der war schon immer sehr intrusiv, wenn es darum geht, seine Gefühle auszudrücken. Also er ist eigentlich ganz sensibel, aber sobald jemand irgendwie seine Grenzen überschreitet oder eben nicht gerade das macht, was er sich vorstellt, dann haut er sofort oder weiß. Mhm. Und es ist dann meistens so heftig, dass das andere Kind entweder blutet, eine Beule hat oder dass man richtig die Zähne durchzieht, also dass es richtig blau wird. Also da steckt der richtige Kraft dahinter. Und er hat einfach das Problem, dass er in den Situationen sich nicht ausdrücken kann. Also man überkommt ihn und dann ist er so davon gesessen, sage ich jetzt mal, den anderen dann nicht zu tun. Und er findet ja irgendwie keine andere Lötung. Mhm. Okay, kannst du ein bisschen noch was zu eurer Situation sagen? Ist das dein einziges Kind? Hast du noch andere Kinder? Genau, also er hat noch eine kleine Schwester, ist jetzt zweieinhalb, sie wird jetzt dann drei. Mhm. Und bei ihr ist es halt besonders schlimm. Also schon von Anfang an, er war schon am Anfang echt eifersüchtig, wie er auf die Welt kam, hat er mich dann tagelang ignoriert, wie ich sie mit heimgebracht hatte. Und er wollte mich dann auch nachts nicht mehr sehen, weil erst hat er nicht durchgeschlafen gehabt und dann, kaum war ich im Krankenhaus, hat er durchgeschlafen und wollte dann nachts auch keinen mehr sehen. Und war dann auch von Anfang sehr, sehr eifersüchtig ihr gegenüber. Und bei ihr hat es eigentlich angefangen, mit seinen Gefühlsausbrüchen. Ah, okay. Also das ist sozusagen so, dass du sagen würdest, das ist der Auslöser. Auslöser sozusagen, genau. Also das heißt, seit zweieinhalb Jahren ist es schwierig und wahrscheinlich schon einen Tick vorher, oder? Ja, ein bisschen vor der Geburt hat es angefangen. Er war ja erst eine Teil, die wir auf die Welt kamen, also auch relativ klein. Und da hat es dann angefangen, gegenüber anderen Kindern, dass er halt mal hingehauen hat oder mal gebissen hat. Aber ich habe mir halt erst nichts dabei gedacht, weil er kann sich ja in dem Alter noch gar nicht anders ausdrücken. Und es passiert halt wirklich eigentlich immer nur, wenn jemand anders beide Grenzen überschreitet. Ja, interessant. Hau. Ja, genau. Also ich höre schon, du hast dich damit, also A, hast du dich damit schon vermutlich länger auseinandergesetzt. Das geht ja auch schon eine Zeit lang. Genau, genau. Ja, und du hast dir auch schon Gedanken gemacht, was könnte das sein, worum, also worum könnte es ihm gehen. Also insofern müssen wir vielleicht auch gar nicht jetzt sozusagen bei A anfangen, sondern wir können so ein bisschen einsteigen. Genau. Ich sage dir mal, also unabhängig davon, dass ich vielleicht auch nochmal die ein oder andere Frage stelle, du bist nicht alleinerziehend, ne? Ihr seid zu zweit. Nein, genau, ich bin alleinerziehend, ja. Okay, wie ist das mit deinem Mann? Vielleicht da nochmal die Frage. Hast du das Gefühl, da gibt es Unterschiede, wie er sich dir gegenüber oder auch dem Papa gegenüber verhält? Am Anfang war es auch so, dass, also bei mir hat er sich nicht getraut, mich zu beiten, warum auch immer, aber auch mein Mann ist er dann auch immer. Ah, okay. Genau, aber jetzt ist es jetzt, jetzt inzwischen ist es auch besser, also jetzt ist es nicht mehr so ganz wie am Anfang, da ging es dann wirklich entweder nur gegen die Kleinen oder gegen meinen Mann, bei mir hat er sich, warum auch immer, also mich hat er noch nie wirklich gebissen, auch wenn jetzt im Spiel, aber auch die anderen beiden ging es dann. Ich weiß nicht, ob er dann wirklich eifersüchtig ist, ich habe, ja, keine Ahnung. Okay, also ich sage dir mal so ein bisschen, was ich denke, was die Themen sind erstmal, was die groben Themen sind. Also ich denke, also als er sozusagen begonnen hat, sich abzugrenzen, das ist ja auch so ein bisschen was, was du auch schon erkannt hast und was du auch so einordnest, dass er sich über so eine Aggressivität abgrenzt. Genau. Ja, über diese Form der Aggressivität, das passiert tatsächlich in diesem Alter anderthalb, zwei Jahre, ja, da kommen die Kinder ja in die sogenannte Autonomiephase, die ist dir bestimmt auch nicht unbekannt. Ja. Und die Autonomiephase kennzeichnet sich ja zum einen dadurch, dass die Kinder mehr Autonomie haben wollen, also das heißt, die streben von uns Eltern weg, der Kleine geht sozusagen, also er braucht dich noch ganz doll, aber er will auch Dinge alleine schaffen oder selbst machen, so rum eher, ja. Genau. Und er will auch selbst entscheiden und er will auch eine Selbstwirksamkeit erlangen. Also das ist eigentlich das Größte, das ist auch bis heute eigentlich das Größte in unserem Leben, ja, wenn wir das Gefühl haben, wir selbst können etwas bewirken. Genau. Und es ist letztlich ein ganz, ganz entscheidender Schritt für die Kinder, ja, das ist so der eine Schwerpunkt der Autonomiephase und der andere Schwerpunkt in dieser Zeit ist die emotionale Entwicklung. Die emotionale Entwicklung insofern, als dass die Kinder mit ganz starken Emotionen konfrontiert werden in einer Form, die sie vorher nicht gekannt haben, ja, also diese ganz starke Wutausbrüche, auch ganz doll traurig, ja, enttäuscht von sich selbst, weil sie bestimmte Dinge noch nicht so schaffen. Und ich weiß nicht, ob du dich mit der Autonomiephase in der Form auch schon nochmal intensiver beschäftigt hast. Die Krux in der Autonomiephase ist ja für die Kinder, dass sie letztendlich in ihrem, ja, in ihrem ganzen Sein und in ihren Strukturen so aufgebaut sind noch, ja, dass sie, wie du schon sagst, sie können sie sprachlich noch nicht gut ausdrücken. Aber sie haben eben auch sozusagen in ihrer Struktur sind sie so darauf ausgelegt, dass sie sich ganz starr auf etwas fokussieren. Also Beispiel, ich will ein Eis haben, also in irgendeiner Form taucht das Eis auf, ja, manchmal können wir das ja gar nicht so nachvollziehen, wo das herkommt, ja, dann weiß ich nicht, haben sie irgendwas missverstanden oder wir sprechen vom Eislaufen oder ich weiß nicht was. Und sie assoziieren Eis, so. Und dann sagt er, ich will ein Eis. Und dann sagst du, nee, es ist jetzt Winter und keine Ahnung, steht nicht an oder sowas. Und dann ist es für die Kinder in diesem Alter ganz, ganz schwer umzuplanen. Also die haben keine Möglichkeit, weil sie noch keine Handlungsalternative haben, sozusagen umzuschwenken und umzudenken, umzuplanen, ja. Ja. Und das ist sozusagen diese Frustration, dann fallen die quasi in einen Zustand der tiefen Not, das wirst du von ihm auch kennen, dass er dann gar nicht bei sich ist. Ja, ja. Ja, wie auf so einem anderen Planeten sind die dann. Und letztlich kann man dann sozusagen nur diesen Anfall, diesen Wut, diese tiefe Verzweiflung mit aushalten, so ein Stück. Und dann, wenn es sozusagen vorbei ist, die Kinder ja ihnen sozusagen ein bisschen das Schuldgefühl nehmen. Viele Kinder fühlen sich dann auch schuldig. Manchmal haben sie sich auch, haben sie auch getreten, haben vielleicht auch andere verletzt, ja. Also es ist, denke ich, wichtig, dass man an so einer Stelle den Kindern dann, die Kinder auch wieder zurückholt. Ja. Jetzt ist das ja schon ein bisschen her. Das heißt, eigentlich nimmt dieses Verhalten ab mit der Sprachentwicklung, wenn die Kinder sich sprachlich äußern können und wenn sie gleichzeitig in diesen Phasen Eltern haben, die eben mit ihnen darüber sprechen, die sagen, ich sehe, du ärgerst dich. Das ist auch total ärgerlich, ist aber jetzt nicht anders zu machen. Und ja, das ist total doof, wenn wir uns ärgern und sozusagen die Gefühle in den Mittelpunkt stellt. Ja. Okay. Dann können die Kinder nämlich irgendwann begreifen, dass, weshalb die Kinder so hilflos zurückfallen oder in so ein Loch fallen, ist, weil sie nicht wissen, was da passiert. Ja. Und letztlich ist das auch etwas, das kennen wir ja auch von unserer Entwicklung, ja. Wenn wir als Erwachsene unsere Gefühle nicht kennen, also wir nicht wissen, warum sind wir traurig, was ist das jetzt gerade für ein Gefühl, bin ich ärgerlich, bin ich wütend, warum, was ist der Ursprung, dann werden wir hilflos. Und ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir mit Kindern in diesem Alter über Gefühle sprechen. Genau. Also wenn du das weitermachst, ich nehme an, dass du das auch schon begonnen hast und auch schon, ja. Und wichtig, also Ziel letztlich in dieser Phase, die ja jetzt auch noch andauert, ja. Ja. Also es ist nicht so, dass die das dann mit zwei können oder mit drei oder mit vier, ja, sondern das ist letztlich eine emotionale Entwicklung, die dauert quasi bis über die Pubertät. Es gibt immer wieder Phasen, da läuft es mal besser, dann gibt es mal wieder Frustration, damit kommen die Kinder schlechter klar. Und gut ist, wenn sie eben Eltern an ihrer Seite haben, die nicht die Situation, also Ziel ist nicht die Situation zu verhindern, ja, die Frustration, sondern Ziel ist, die Kinder nicht damit alleine zu lassen. Okay. Ja. Und, ähm, also habt Geduld an dieser Stelle, das ist so das eine. Das andere ist, ähm, das ich wichtig finde, wenn du sagst, er ist in seinen Grenzen, fühlt er sich nicht sicher, offensichtlich, an verschiedenen Stellen. Ähm, dass du nochmal schaust, an welchen Stellen werden denn tatsächlich seine Grenzen überschritten. Ja. Ja, also ist jetzt keine Frage, vielleicht fällt dir direkt was ein, aber du musst das jetzt gar nicht so, schau einfach mal, vielleicht sprichst du auch nochmal mit deinem Mann. Wo ist denn dein Sohn sicher? Wo kann er sich sicher fühlen? Hat er ein Zimmer, wo er sich zurückziehen kann? Also räumliche Grenzen, aber auch psychische Grenzen, ja. Also wo fühlt er sich unter Umständen angegriffen? Wo werden seine Grenzen überschritten? Also einfach, weil es manchmal ja so ist, wenn Kinder ganz arg doll grenzüberschreitend sind, dass, ähm, ja, dass sie dann auch viele Grenzüberschreitungen bei sich erleben. Ja. Okay. Und dass man da besonders achtsam ist und wirklich auf gar keinen Fall Grenzen überschreitet, weil nur wenn die Kinder spüren, meine Grenze ist sicher und wird nicht übertreten, werden sie auch die Erfahrung machen oder werden sie Handlungsalternativen finden dafür, wenn ihre Grenze überschritten wird. Okay, dann schauen wir da nochmal. Wie reagierst du denn, wenn deine Grenze überschritten wird? Ja, also ich zieh mich dann meistens zurück, bevor ich dann irgendwas sag, weil normalerweise bin ich eigentlich sehr impulsiv und ich geh dann lieber erstmal, ich sag, ich brauch kurz meine Ruhe und geh dann erstmal in ein anderes Zimmer, einfach um ein bisschen runterzukommen. Nicht, dass ich dann noch was Falsches sag oder laut werde, was halt leider manchmal vorkommt, wenn er dann eher wehtut. Das überkommt dann einen einfach so, aber ansonsten ziehe ich mich eigentlich eher immer zurück. Okay, also, aber gibst du auch eine Antwort? Also, weil zurückziehen ist ja sozusagen, also Rückzug ist ja eine Antwort sozusagen zwischen den Zeilen, ne? Das heißt, ich kann gerade nicht mehr. Ja. Positionierst du dich auch? Ja, ja, also ich versuche ihm auch zu erklären, also bis hierhin und nicht weiter, das ist mir jetzt zu viel und warum und wieso, ich lasse es ihm jetzt alles zu erklären und wenn es dann mir zu viel wird, dann ziehe ich mich lieber zurück, erstmal. Okay, also wir kommen auch gleich noch zu der kleinen Schwester, weil ich glaube, dass das auch noch mit einer Rolle spielt. Von meinem Gefühl jetzt gerade würde ich einmal dir gerne den Hinweis geben, nicht so viel zu sprechen an so einer Stelle. Erklär ihm nicht, warum, wieso, weshalb, so viel. Weil aus meiner Erfahrung, er macht das jetzt seit anderthalb Jahren, nee, seit er anderthalb ist, ne? Also er hat das, es ist ein langes Muster, über zwei Jahre. Ja. Also das heißt, er weiß das. Du sagst ihm nichts Neues. Und das, was du versuchst mit ihm zu besprechen, ist über den Kopf. Du möchtest ihn quasi überzeugen. Du sagst ihm, guck mal, das tut ihr weh oder ich möchte das nicht, habe ich dir doch schon x-mal gesagt, haben wir das schon besprochen, solche Sachen. Und das sind Sachen, die gehen über den Kopf. Aber was macht man denn, wenn man im Herzen trotzdem traurig und unzufrieden ist? Also weißt du, es macht es nicht besser, sozusagen. Und deswegen wäre es gut, wenn du nicht so viel erklärst, weil er ja dann immer wieder nur hört, das sollst du nicht machen. Okay. Ja. Wir sprechen gleich auch nochmal darüber, was du stattdessen machen kannst. Ich würde gerne sozusagen in diese emotionale Entwicklung, die wir besprochen haben und die Autonomiephase, die wir besprochen haben, jetzt noch als drittes mit hinzufügen, einen dritten Punkt, nämlich letztlich eine biografische Krise. Ja. Und diese biografische Krise ist, ja, ist letztlich, dass die kleine Schwester geboren wurde. Genau. Ja. Und diese biografische Krise, die unterschätzen wir ganz oft. Also es ist ja eine Situation, die für die Kinder hochproblematisch ist. Hast du eine Idee, was da so problematisch dran sein könnte? Also was sind deine Gedanken dazu? Weil das ist ja auch nichts Neues für dich, dass das jetzt noch ein Aspekt ist, der dazu kommt. Genau. Also ich glaube, dass es eher daran lag, weil er uns teilen musste. Also die Kleine war wirklich am Anfang, es ging die ersten vier Monate, hat sie eigentlich viel geschlafen, aber dann immer nur geweint und nur tragen und bei uns schlafen. Und es hat eben dann auch angefangen, dass er dann bei uns schlafen wollte, eben weil sie auch bei uns schlafen darf. Mhm. Und er wollte halt dann immer das Gleiche und die gleiche Aufmerksamkeit und ich glaube, da hat er am Anfang dann schon arg zurückstecken müssen, weil sie halt eben wirklich auf einen gelebt hat. Also sie war nonstop nur ein Fragebuch oder an der Durst. Also sie hat wirklich sehr, sehr viel gefordert gehabt gerade am Anfang. Ja, so ist das. Ja, ja, genau. Und ich glaube, da hat er viel, weil er war ja auch recht klein, er hat halt wahrscheinlich auch nicht verstanden so wirklich, warum, was jetzt da passiert. Ja, naja, und selbst weißt du, selbst wenn er, also ich glaube, er hat es sehr verstanden, was da passiert. Also Verstehen ist ja, macht es ja oft auch dann nicht besser, weil wie gesagt, wenn das Gefühl trotzdem da ist. Ja. Ja, also du hast recht, das ist, also dieses Teilen ist schwierig und Aufmerksamkeit und so und doch ist aus meiner Erfahrung es so, dass das viel zu kurz greift für diese Krise, die die Kinder dort erleben. Also es ist ja tatsächlich eine Krise insofern, als dass ihr erlebt alle einen Gewinn. Da kommt dieses kleine, zarte Mädchen auf die Welt, die will ganz viel, ihr freut euch wahnsinnig, die ganze Familie freut sich, der Papa, du und so weiter und es verändert sich ganz, ganz viel. Und ihr konntet euch ein Stück drauf vorbereiten, natürlich habt ihr ihn auch mit einbezogen in irgendeiner Form, aber der Punkt ist jetzt, dass für ihn das erstmal gar kein Gewinn ist, sondern für ihn, und das ist das Entscheidende, das ist ein Verlust. Und das Problem ist an der Sache, dass er der Einzige ist, der diesen Verlust spürt. Du spürst den ja gar nicht. Ja, das stimmt. In der Form, ja. Das heißt, er ist in Hochnot-Situationen, ja. Also er ist wirklich in einer tiefen Krise und es ist letztlich so, dass selbst wenn er sich vom Kopf her auf die Kleine freut, oder du wirst sicherlich auch Situationen haben, dann merkst du, dass er sich für die Kleine freut oder dass er auch vorsichtiger ist mit ihr, ja. Also es wird beides wahrscheinlich geben. Genau, ja, ja. Und daran merkst du diese Ambivalenz. Er will natürlich, Kinder sind Teamworker, weißt du, die wollen uns gefallen und die kooperieren sozusagen auf diese Art und Weise mit uns und zwar auch so, dass sie eben mit den bewussten und auch den unbewussten Wünschen von uns kooperieren. Ja. Und das heißt, er spürt natürlich, dass das erwünscht ist, dass er auch die Kleine mag und das ist auch, er mag die auch, ja. Und trotzdem ist es so, dass ja sein Verlust immer wieder spürbar wird und zwar den Verlust der exklusiven Beziehung zu dir und zu deinem Mann, zu dir vor allen Dingen. Ja. Ja, und das heißt, er ist in einem Trauerprozess und dieser Trauerprozess, da denkt man, könnte man jetzt sagen, ja gut, hier wird jetzt drei, jetzt kann man sich auch mal, kann auch mal gut sein jetzt, ja. Aber für Kinder ist das eine riesenlange Zeit zum einen und zum anderen immer wieder schmerzhaft. Also das sind Zyklen, die immer wieder, du wirst auch Momente haben, da wird es wieder schwieriger werden und dann wird es auch mal wieder ein Stückchen zurückgehen. Ja, okay. Und also, ja, was kannst du machen? Also es geht mir jetzt nicht darum zu sagen, krieg keine Geschwisterkinder, aber ich finde es wichtig, dass wir uns einfühlen erstmal in die Kinder und zwar ohne, dass wir werten und sagen, ja, aber der muss ja dann jetzt auch mal damit klarkommen, sondern wirklich zu spüren, dass die Kinder da in einer tiefen, tiefen, tiefen Notsituation sind. Und um das nochmal zu verdeutlichen, du kannst dir das so vorstellen, es ist wie wenn dein Mann nach Hause kommt und sagt, Sabrina, pass mal auf, ich habe mich verliebt, ja, ich liebe dich aber auch noch. Ab morgen wohnt Melanie bei uns und Melanie zieht bei uns ein und du hast ja dein eigenes Zimmer, aber Melanie wird bei mir im Bett schlafen und die wird bei mir erstmal ganz eng am Körper sein, weil wir müssen ja ein bisschen Zeit nachholen, ne, du hattest ja jetzt ganz viel Zeit mit mir, aber die Melanie, die muss das ja ein bisschen nachholen und dann, ja, weiß ich nicht. Wie wäre das für dich? Schlecht nicht. Ja, aber jetzt spür dich mal wirklich rein, ja, weil das heißt, dein Mann kündigt letztlich dir eine Exklusivität auf. Ihr zwei, ihr habt geheiratet, ihr habt euch versprochen, nehme ich mal an, ja, dass ihr sozusagen zumindest in der Sexualität und auch in anderen Bereichen eine Exklusivität habt miteinander. Und diese Exklusivität kündigt er einseitig auf. Und jetzt hast du als erwachsene Frau natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, das überlege ich mir, so haben wir nicht gewettet, dann trenne ich mich. Das hat ja dein Sohn gar nicht, diese Option, ne? Ja, ja, klar. Und du hast noch den Verstand dabei. Also du kannst deinem Mann irgendwie sagen, pass mal auf, was ist denn los mit dir und was habe ich denn falsch gemacht, sozusagen. Ja. Ja, dein Sohn, der hat wahrscheinlich Schuldgefühle, der weiß nicht genau, der hat sozusagen einen Mix aus Gefühlen von Trauer, Wut, Enttäuschung. Ja, und damit ist er letztlich ziemlich alleine. Und wenn du mich fragst, was könnt ihr machen, dann ist es total wichtig, das anzusprechen. Okay. Also, ihm Raum für diese Gefühle zu geben. Und ich weiß nicht, wie er sich mit deinem Mann versteht, aber letztlich wirklich, eigentlich ist der Papa prädestiniert dafür, damit umzugehen, weil dein Mann das wahrscheinlich kennt. Als dein Sohn geboren wurde, da ist er wahrscheinlich auch so von der Top-Ten-Liste von 1 auf Platz nah, mindestens mal 5 runtergerutscht. Ja. Manche Väter sagen auch, ich bin noch Platz 10 gerutscht. Ja. Also schau mal, ob das eine Möglichkeit ist, da mit ihm nochmal auch sozusagen ins Gespräch zu kommen. Ja, also ohne, dass ihr da jetzt über den Kopf drüber redet. Aber wenn er wütend wird, meistens, du kannst ja nochmal gucken, wann es ist, aber meistens ist es ja so, dass wenn du dich wahrscheinlich der Kleinen zuwendest oder wenn er der Kleinen irgendwas tut, dass du dann die Kleine hochnimmst. Und er dann eben das Gefühl hat, Mist, wieder falsch gemacht und dann eskaliert es. Ja. Also, dass du auch einfach mal zu ihm sagst, ja, es ist doof, dass wir nicht mehr so viel Zeit haben und ich hätte auch gerne mehr Zeit mit dir. Okay. Ja, und ich kann verstehen, dass du traurig bist. Und dann, ich weiß es nicht, wo ihr zum Beispiel Zeiten habt miteinander. Nur ihr zwei. Ja, das ist immer relativ schwierig, weil wir hier niemanden haben. Also, keine Verwandten oder irgendjemanden, der dann mal auf die Kleine aufpacken könnte. Wenn wir jetzt dann immer zu Oma und Opa zu Besuch fahren, dann schaue ich schon, dass nur ich was mit ihm mache oder nur mein Mann mit ihm oder nur wir zwei mit ihm. Und dass die Kleine dann bei Oma und Opa bleibt, dass wir dann immer irgendwas extra mit ihm machen. Also, ich würde mir an deiner Stelle wirklich am Tag versuchen, und wenn das nur zehn Minuten sind, es geht nicht darum, den ganzen Tag zu machen. Das ist oft auch anstrengend. Ja, ja, ja. Und es müssen vielleicht auch gar nicht mehrere Stunden sein. Aber wenn du kannst, versuch doch mal in euren täglichen Rhythmus verlässliche Zeiten einzubauen. Also eine verlässliche Zeit zumindest, vielleicht am Abend. Ja. Wo nur ihr was macht und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht bastelt ihr tatsächlich ein Schild Mama-Sohn-Zeit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Wollen wir auch nicht sagen. Aber dann bastelt ihr beide dieses Schild und es hängt ihr sozusagen an die Tür, wenn ihr beide etwas miteinander macht. Sodass das wirklich einen Schwerpunkt bekommt. Nur ihr beide macht etwas zusammen. Okay. Und vielleicht kannst du auch tatsächlich, er ist ja jetzt schon vier. Vielleicht kannst du auch tatsächlich mal, ich weiß nicht, wie ihr miteinander sprechen könnt, aber dass du auch ihm nochmal sagst, du, ich merke, dass wir uns immer wieder verhakelen. Und ich habe das Gefühl, dass du vielleicht ein bisschen Sehnsucht danach hast, mit mir Sachen alleine zu machen. Und ich habe auch Sehnsucht. Und ich möchte das gerne für die Zeiten, für jetzt verändern. Ich möchte gerne jetzt eine Zeit nur mit dir haben. Komm, lass uns was basteln und lass uns schauen, wann wir das schaffen. Okay, ja, super. Ja, und da sozusagen, du holst ihn wieder rein. Ja. Also das ist sozusagen das, was du zu Hause machen kannst. Ja. Das andere, wenn er zum Beispiel mit anderen Kindern so ist, ja, das könnte, also das könnte verstärkt der Fall sein, weil er sich zu Hause nicht anerkannt und geliebt fühlt, sage ich jetzt nicht, weil ihr ihm die Liebe nicht gebt, sondern weil das sein Gefühl ist, ja. Er stellt in Frage, bin ich genügend geliebt, bin ich anerkannt und gemocht, so wie ich bin. Das kann das verstärken. Deswegen schau doch wirklich, wo gehst du hin, wie ist dort die Situation, also sozusagen ein bisschen antizipierend, ein bisschen vorausschauend, ja. Ja. Wenn du siehst, er rast auf die Kleine zu oder du siehst, du kennst ihn ja am besten, ja. Er macht irgendetwas oder du merkst, der ist heute nicht gut drauf oder da ist ein Kind, was ihn anpiekst oder so, ja. Unterstütz ihn, sei bei ihm, ja, mach es mit ihm zusammen, schau, dass er sich nicht abgrenzen muss über diese Form, ja. Und Ziel ist, dass er sich abgrenzen kann irgendwann, ohne dass er sich oder andere verletzt. Okay. Ja. Und das kannst du auch ihm schon mal sagen, also du kannst auch sagen, das ist total okay, wenn du das nicht möchtest. Wir versuchen das, ohne dass du dir oder anderen wehtust. Ja. Und sprich mit ihm auch darüber, was du machst, ne, so wie du es vorhin mir erzählt hast. Mama ärgert sich dann auch ganz doll und dann kann man aufstampfen mit dem Fuß, man kann mal die Tür knallen, ja. Und dann zieht man sich zurück, aber aufpassen, dass nichts kaputt geht und dass keiner verletzt wird. Ja. Ja. Okay. Ja, wie geht es dir mit dem, was wir jetzt besprochen haben? Besser. Ja. Besser, ja. Weil bei den meisten wird man ja nicht wirklich so verstanden. Die kommen dann immer gleich mit Strafe oder dies und das. Und Strafen, Regeln, Konsequenzen. Ja, 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 ja. Und da schalte ich ja dann sowieso ab, wenn wir mit sowas kommen. Und dann... Ja, das, genau, ich, genau, aber also das, genau, das, das verstärkt ja letztlich das Verhalten. Ja, ja, klar. Ja, genau. Ja, schön. Sabrina, ich freue mich, dass du Kontakt aufgenommen hast zu mir und ich würde mich freuen, mal ab und zu was zu hören. Wie ist es ausgegangen oder wie geht es weiter? Es geht ja nie aus. Ja, ja, und ob du sozusagen mit den Gedanken, die wir entwickelt haben, ob du damit was anfangen konntest dann auch im Alltag. Ja? Ja. Sag auf jeden Fall Bescheid. Okay, super. Dann wünsche ich dir noch einen guten Tag und bedanke mich für dein Vertrauen und deine Aufenthalt. Ja, und da gibt es nur die Hilfe. Ja, gerne. Alles Gute. Danke, vielen Dank. Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. Ja, das war Sabrina und das war sozusagen, ja, das war eine Mischung aus verschiedenen Themen Aggressivität, also emotionale Entwicklung, Autonomiephase und Geschwisterkonflikt. Es gibt bestimmt ganz viele Eltern, die genau diese Situation auch haben. Und ja, das sind einige Gedanken, die hilfreich sein können, um damit im Alltag umzugehen. Das war's für heute aus der Familiensprechstunde. Familiensprechstunde am Telefon. Auf bald. Bedanke mich fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.